Herzlich Willkommen bei der Sepp Fessler WILE AG. Heute präsentiere ich Ihnen bei Farben und Formen Plug-in-Hybrid. Alle in der BMW Group ansässigen Plug-in-Hybrid. Anfangen zwei 25EX Active Touren. Gefolgt vom lässigen Mini-Counterman Cooper SE. Der cool X1 25E, X2 25E, 33E Limousine, X3 30E, 530E Touring, X5 45E. Und abschliessen der elegante 745E Sepp Fessler WILE AG. Wir haben elektrisch und könnt faszinierend.